Wir rufen Big, es geht niemand ran. Oh mein Gott, was ist hier nur los? Natürlich, Brick, du bist auch hier. Die Kleine ist abgebrüht, der macht so leicht niemand was vor. Noch ist es ein weißes Blatt Papier. Aber in dieser lausigen Stadt würde es bald die dreckigsten Gemeinheiten aufnehmen. Nüchtern, gefühllos, präzise. So wie ich. Nun gut, nicht zwingend nüchtern. Oh, Brick, heirate mich! Und dann, Effie, noch bist du jung und strahlend schön und deine Freude meine Augen. Eine Freude, meine Augen. Aber was ist in einigen Jahren? Dann wirst auch du alt und unansehnlich. Verzeih, Brick, ich bin so dumm. Vergeben und vergessen, Kleines. Die Kleine glaubt wirklich, diese Pflanze war Welke nicht genauso wie alle anderen davor. Aber sie muss endlich hart werden. Hart! Es ist nur zu ihrem Besten. Ich mische doch schon seit Jahren Rattengift in den Dünger, damit sie endlich ihre Reaktion lernt. Ja, ich mische auch ständig Rattengift irgendwo rein. Mr. Dynamite, haben Sie schon eine heiße Spur? Ich bin dran, Mrs. Frail. Ich bin am Ball. Oh, ich vertraue Ihnen voll und ganz, Mr. Dynamite. Ich wäre zu niemandem sonst gegangen. Bei Ihnen ist der Fall in den besten Händen. Vielen Dank, Mrs. Frail. Glauben Sie, Sie werden jemanden umlegen müssen, Mr. Dynamite? Herr Gott, Mrs. Frail. Es ist nur ihre entlaufende Katze. Eine verdammte Katze. Jihihihihi. Diese Frau macht mir Angst. Okay. Brick, sieh doch. Da ist jemand in deinem Büro. So einfach mache ich es Ihnen nicht. Ihnen? Brick, wovon sprichst du? Wenn ich es nur selbst wüsste, Kleines. Wenn ich es nur selbst wüsste. Aber Hauptsache, wir töten Sie erst mal. Pah! Keine Bewegung. Drehen Sie sich um. Langsam. Also gut. Sie dürfen sich für das langsame Umdrehen bewegen. Wollen Sie nicht Ihre Pistole wegstecken? Mr. Dynamite? Ich stelle hier die Fragen, Lady. Woher kennen Sie meinen Namen? Er steht an Ihrer Tür, Mr. Dynamite. Detektai Dynamite. Wirklich gut. Wirklich gut, Lady. Wie kommen Sie herein? Die Angelegenheit, deretwegen ich hier bin, geht nur Sie und mich etwas an, Mr. Dynamite. Also nahm ich die Feuertreppe und betrat ihr Büro durch das Fenster. Ich möchte nicht, dass mich jemand bei Ihnen sieht, noch davon weiß, dass ich Sie aufgesucht habe. Was? Mr. Dynamite? Ein Moment. Ich muss das sortieren. Feuertreppe, Fenster. In Ordnung, Lady. Das ergibt Sinn. Wer sind Sie? Ich möchte, dass Sie einen Fall übernehmen, Mr. Dynamite. Eine Klientin also. Warum sagen Sie das nicht gleich? Nehmen Sie Platz, Lady. Wie Sie wollen. Also, worum geht's, Lady? Es geht um meinen Mann, Mr. Dynamite. Ihr Mann heißt ebenfalls Mr. Dynamite, Lady. Nein, er heißt Weirdly. Redcliffe van Weirdly. Weirdly. Und ich bin seine Frau, Susan van Weirdly. Lassen Sie die albernen Spielchen, Lady. Susan van Weirdly. Ha! Sie hätten sich ebenso gut Mrs. Wanderly nennen können. Und nun ihren richtigen Namen, Lady. Oh, Mr. Dynamite. Warum sind Sie so hart? Ihren Namen. Ja, ja, Sie hatten recht. Ich habe Ihnen etwas vormachen wollen. Ich heiße nicht Susan, sondern Tessa van Weirdly. Sind Sie unzufrieden? Befriedigt, Mrs. van Weirdly. Mein Mann. Wir sind seit Jahren. Es ist so, dass... Ach, es ist doch schrecklich kompliziert. Seit wann haben Sie ihn im Verdacht, dass Sie betrügt, Mrs. van Weirdly? Ich... Ich bin mir nicht sicher. Er ist in letzter Zeit so eigenartig geworden. Er hat Geheimnisse vor mir, Mr. Dynamite. Er weicht mir aus. Er lügt. Er geht abends lange weg. Er spielt Schach. Er... Er... Er trinkt Bier. Und... Oh mein Gott, er geht bowlen. Es ist ganz gewiss eine andere Frau. Oh, Radcliffe. Warum nur Radcliffe? Warum? Mein Name ist nicht Radcliffe, Mrs. van Weirdly. Mr. Dynamite? Richtig, Mrs. van Weirdly. Da stand sie also in meinem Büro. Sichtlich verwirrt, aber unzweifelhaft attraktiv. Sie trug ein geschmackvolles Kostüm, wirkte trotz aller Unsicherheit kultiviert und hatte volle Brüste. Oh ja, volle Brüste. Das ist wichtig. Sehen Sie mir ins Gesicht, wenn Sie über mich nachdenken, Mr. Dynamite. Sie hatte was, keine Frage. Aber was rede ich? Es ist Moloch City. Nimm das Geld, erliege den Job und vergiss sie. Ich war wieder ich, doch plötzlich... Ein Schuss, Mr. Dynamite. Jemand schießt auf uns. Zum Glück nicht besonders gut. Er schießt durch das offene Fenster. Was sollen wir nur tun? Es kommt noch so weit, dass jemand verletzt wird. Sie können nicht einfach unangemeldet Mr. Dynamites Büro. Und ob ich das kann? Mein Fall ist äußerst dringend und ich muss Mr. Dynamite auf der Stelle sprechen. Es geht um Leben und Tod. Mr. Dynamite, es ist wie folgt. Verdammt, das waren sicher für 50 Scheinegut. Nick? Nick Holt? Bricks alter Partner? Was machen Sie denn hier? Brick? Brick, wir müssen raiden. Ich wollte nicht, dass die Dinge so zu Ende gehen. Es war damals eine schwierige Zeit. Aber du solltest wissen... Das war dein Problem, Nick. Du hast die Dinge nie zu Ende geführt, die du begonnen hast. Oh, wie grauenvoll, Mr. Dynamite. Hört es denn nie auf? Wir sind in Moloch City, Lady. Es geht immer weiter. Immer weiter. Oh mein Gott, es ist Captain Kirk. Namenloser Raumschiffsbootsmann. Hurra, mein erster Außeneinsatz. Endlich raus aus dem Schatten Anonymität. Tod und Verbrechen um einen herum, wo man in dieser Stadt auch guckt. Mann, es ist so hilflos. Nicht ganz hilflos, Mrs. Van Wierle. Bäm! Erwischt. Aber dort kommen noch zwei Geigenvögel heran. Sie rennen ins Haus. Bleiben Sie in meinem Büro. Ich kümmere mich um die Salonen. Oh ja. Aber erst werden wir speichern. Denn wir sind der Held. Wir können das. Kann ich auch Neues untersuchen? Hm. Musik, die ich nicht höre, weil es so leise ist. Oh mein Gott, das geht echt auf die Stimme. Das übliche Sonnenscheinprogramm. Bleiben Sie in meinem Büro. Ich kümmere mich um die Salonen. Liegen Sie gleich jemand um, Mr. Dynamite. Oh Brick, pass bitte auf dich auf. Da ist er. Moloch City spielte also wieder zu seiner Lieblingsmelodie auf. Kampf. Ich kenne den Takt. Ich kenne die Regeln. Wer gut mit dem Fadenkreuz-Ziel gewinnt. Die Gegner werden immer Deckung suchen. Alle Felder, die direkt hinter größeren Gegenständen liegen, können nicht beschossen werden. Wer sich dort verbirgt, ist sicher. Auf diesem Kampf gibt es drei Sicherfelder. Wenn ein Gegner schießen will, muss er sich über seine Deckung erheben. Dann kann Brick Dynamite ihn mit dem Fadenkreuz erfassen und treffen. Trifft Brick Dynamite den Gegner sehr schnell, kommt dieser gar nicht mehr zum Schuss, sondern taucht gleich wieder ab und fällt um. Wie viel Schaden der Gegner erledigt, hängt von Brick Dynamites ausgewählter Waffe ab. Zur Zeit hat er zwei Möglichkeiten. Die Pistole ist von passabler Durchschlagskraft und verbraucht auch keine Munition. Ja, sie ist eine spezielle Spezialeinfertigung. Die Tommy Gun hingegen verursacht höheren Schaden, benötigt aber auch Munition. Die Waffen werden bei Bedarf per Zahlentaste gewechselt. Mit der Null lädt man ein neues Magazin, ganz links stehen Lebenspunkte und der aktuelle Munitionsvorrat. Äh, ich glaub, ich muss meine Framezahl woanders hinpacken. Die blockt das nämlich gerade. Naja, egal. Sinkt Brick Dynamites Lebensenergie auf Null, hat er verloren. Mit Whisky und Zigaretten kann er sich nach dem Kampf wiederherstellen. Denn Zigaretten und Whisky sind die wahren Nahrungsmittel eines Mannes. Sie werden nur getopft von Zigarren und Whisky. Oh ja. Und warum geht Brick Dynamite nicht wie seine Gegner in Deckung? Ich bin der verdammte Knochenhälte, der Privatdeliktiv von Monocity. So ist es. Und nun, Achtung, es geht los. Speichern! Oh mein Gott, ein Kampf. Oh mein Gott, ein Kampf. Oh mein Gott, ein Kampf. Nein! Ah, okay, ich bin tot. Ähm, ja. Verloren! Das machen wir natürlich normalerweise, dass wir nicht auf uns sitzen. Das ist sehr doof. Ich sehe meine Lebensanzeige nämlich nicht. Okay, ich habe das Kampfsystem aber jetzt mal verstanden. Okay, wir müssen das also so... Wir können sie also nur hier oben treffen, okay. Das heißt, wir schießen ihnen auf die Köpfe und dann machen wir einfach nur noch... Bäm, 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 bäm. Ja, die Störung ist etwas sehr schnell, aber dann gewöhn ich mir mit Sicherheit auch noch. Ähm. Bäm, 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 bäm Vergesst nicht, Saylady. Ich werde Sie nicht küssen. Geben Sie Ihrer Enttäuschung den Ausdruck, den Sie wünschen. Es ändert doch nichts. Mr. Dynamite! Ich habe Sie engagiert, meinen Mann zu überprüfen und nicht, um an seine Stelle zu treten. Ich kenne Ihre Gebühr. 50 Dollar plus Spesen. Nehmen Sie Ihr Geld und machen Sie einfach Ihren Job. Setzen Sie sich auf Redcliffs Spuren und erstatten Sie mir Bericht. Guten Tag, Mr. Dynamite. Natürlich war sie verärgert, aber ich musste sie zurückweisen. Selbst wenn sie sich vor mir auf die Knie geworfen hätte, ich bin zu abgeklärt für keine Romance mit Klientin. Redcliffe Van Weirdly, das zählte. Er war der Fall. Ihn musste ich im Auge behalten. Hatte er eine heimliche Affäre? Nichts Ungewöhnliches in der Stadt der grauen Herzen. Und wer waren die Typen vom Flur? Vielleicht hatten Sie etwas bei sich, das mir nun mehr nützen könnte als Ihnen. Oh ja, Whisky. Und Magazin. Oh ja, du warst nicht hart genug für Moloch City. Ein Gedeck nach Art von Moloch City. Entzückend, eine Zigarette. Das war's. Auch ein Zylinderform nützt nichts, die wälzt knallhart. Detektei Dynamite. Nichts. Legen Sie gleich jemand um, Mr. Dynamite. Ja, ich habe jemanden umgelegt. Oh Brick, bitte pass auf dich auf. Das stand da gar nicht. Aber ich sag es trotzdem. Und an dieser Stelle werde ich das Let's Play erstmal pausieren. Und ich habe drei Schreiben. 100 von 101 XP, ey. Bäh. Ja, komm. Wir haben die ersten zwei Gangster getötet. Haben das Intro erlebt. Und sind allgemein einfach nur knallhart. Darum werden wir als knallhartter Detektiv unter einem knallharten Deckenventilator, unter einer knallharten Uhr, hinter einem knallharten Sitzessel, nun knallhart speichern. Und knallhart das Let's Play pausieren. Bis demnächst. Euer Brick Dynamite. Und euer Marston. Bis die Tage.